Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und irgendwie habe ich in letzter Zeit wirklich Bock alles zu testen, alles was ich sehe bzw. alles was Pupsi mir mitbringen. Die hat nämlich gesagt, sie hat eine Sorte Pringels gefunden, die fand sie ganz interessant, die kannte sie noch nicht, die kannte ich noch nicht. Bekennende Pringels, Süchtige werden bestimmt schon alle Sorten kennen, weil ich weiß nicht, ist da überhaupt was neu? Ich glaube da steht noch nicht mal neu drauf bei keiner, die gibt es also wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Wir haben heute aber mal zwei Stück dabei, das ist einmal die hier, die sieht richtig heftig aus, ihr habt ja lauter kleine Football-Schälchen, da steht ja auch Sweet Chili Kicker Flavor, Sweet Chili Kicker Flavor Limited Edition von Pringels, die wollen wir mal probieren und die tritt an, wie beim Fußball, zwei Mannschaften gegen die Grüne. Und das ist kein Sur Cream und kein Paprika, kein gar nichts, das ist einfach Pizza, Pringels mit Pizza Flavor. Die machen wir auch mal auf, finde ich natürlich die Packung sehr unscheinbar, sieht nach gar nichts aus. Könnte man denken, das ist eine von den anderen tausend Sorten, weil grüne Packung gab es schon oft, aber die finde ich richtig genial, die sticht auf jeden Fall ins Auge, aber deswegen ist es ja auch eine Limited Edition. Ich weiß gar nicht, was wir zuerst machen, ich denke mal, weil das mit Chili ist und scharf, nehmen wir das scharfe zum Schluss und probieren jetzt einmal Pringels aus der Dose. So, fand ich immer gut als kleines Kind, immer nur Pringels gegessen, von nichts kommt nichts, ihr wisst Bescheid, wir probieren mal ein einzelnes. Das hat einen Pizzageschmack, ja, schmeckt aber eigentlich wirklich nur wie eine Pizza Margherita. Also ihr schmeckt so eine leichte Käsenote und also so eine Mozzarella- und Tomatenote vielleicht. Könnte eine Margherita sein, könnte eine Tomate-Mozzarella sein, so ähnlich. Hat auf jeden Fall Geschmack davon, passt vom Geschmack, wir nehmen mal zwei. Ich weiß nicht, wie viel ich insgesamt schaffe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wir probieren mal zehn, obwohl zehn sehen immer noch gut aus. Mhm. Da habt ihr ein übelchen Pizzageschmack, also. Mhm, 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 mhm. Aber mein ganzer Muni ist trocken. Ja, ich soll es trocken, aber es tippt hier halb dran. Das hatte ich aber anders in Erinnerung. Geschmacklich also richtig genial, also wer gerne Pizza isst und wer gerne Chips isst und das kombinieren möchte, gönnt euch mal diese Pringels mit Pizza Flavor. Ist gut gemacht. Manchmal steht ja auch drauf hier mit Hodder-Geschmack und es schmeckt einfach nach toter Katze oder so, also da kann ich das nicht nachvollziehen. Wir haben aber noch den Sweet Chili Kicker. Also süße Chili, da bin ich gespannt. Gerade von Lace gibt es ja immer diese Thai Sweet Chili, die esse ich auch sehr gerne. Habe ich zwar schon ewig nicht mehr, aber ob das da rankommt vom Geschmack. Jetzt also auch eine schöne Sweet Chili Sorte von Pringels. Wir fangen wieder mit einem an. Hat einen leichten Geschmack und eine brennende Note kommt hinterher. Wenn ihr mehr nehmt, dann merkt ihr auch das Süßte hier. Dann müsst ihr jetzt mal gucken. Zehn Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Das heißt, einer kommt wieder zurück. Ich probiere jetzt auch nochmal zehn Stück, wie bei dem eben. Ich glaube aber trotzdem, die Lay Thai Sweet Chili Chips sind, was die Richtung betrifft, einfach unschlagbar, einfach viel besser. Ist also okay. Sweet Chili Kicker. Wir haben aber die Pizza Flavor deutlich besser geschmeckt. Ich mache die Packung auch wieder zu. Dieses Süßlich am Anfang wirkt ein bisschen so, also künstlich, richtig künstlich. Künstlich mit einer Schärfe hinterher. Das andere von Lay's hat aber auf jeden Fall eine richtig geniale Note. Da steckt wirklich auch dieses Tie mit drin. Denn das merkt ihr richtig. Das kann man einfach nicht nachbasteln. Deswegen für mich der Gewinner der Pizza Flavor. Jetzt noch zehn Stück. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Kennt ihr beide Sorten? Habt ihr schon beide probiert? Welche findet ihr besser? Wenn nicht, probiert mal beide und schreibt eure Meinung drunter. Ja. Hm. 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 Auch bei zehn Stück, das war es nicht mehr. Ganz sehr fischbar. Irgendwie schmeckt das drauf nach Hustensaft. Von dem fällt immer voll aus meinem Mund. Egal was von meiner Seite aus. Peace out. Vorhaut.